Habt ihr Büchertipps für Weihnachten? Liebe Community, ich habe in den kommenden Wochen Geburtstag und bald steht ja auch wieder Weihnachten an. Vielleicht gibt es ja ein paar Tipps von euch. Ich bin Große Kafka, Heimito von Dodere und Hesse Feen. Ich habe überlegt mal mit Hertha Müller zu starten. Habt ihr Erfahrung mit ihr? Welches Buch ist ein schöner Einstieg? Ansonsten mag ich auch Paul Auster und Dürrenmatt sehr gern. Ich suche ganz speziell nach klassischer Literatur. Liebe Grüße!